Bitcoin bricht weiter jahreshoch. Die 11.300 haben nicht lange gehalten und wir trainen mittlerweile schon wieder fast auf 13.000 Dollar. Wie weit geht dieser Anstieg noch? Sind wir jetzt schon am Ende dieses langen, angezogenen, schon hyperbolischen Trends oder können wir mit einer weiteren Aufwärtsbewegung, sogar mit einem neuen All-Time-High im Jahr 2019 rechnen? In diesem Video werde ich euch Gründe nennen, warum ich glaube, dass Bitcoin dieses Mal nicht bei 20.000 Dollar stehen bleiben wird und warum ich es auch für sehr wahrscheinlich halte, dass wir im Jahr 2020 ein neues All-Time-High sehen werden. Und wir switchen dafür erstmal auf den Chart, um uns eine aktuelle Lage zu verschaffen. Es ist jetzt 7.34 Uhr, am 26.06 Uhr und die Lage eskaliert schon wieder komplett. Wir haben jetzt diese zwei Double Tabs, die ich im letzten Video schon kurz angesprochen habe, das erste Mal schon direkt aus dem Markt genommen. Das heißt, wir haben diese starke Resistance, die hier gelegen ist, wie nichts durchbrochen, was schon wieder für die extreme technische Stärke des Marktes spricht. Und wir ziehen uns auch gleich das Volumenprofil an, um zu erkennen, wie stark denn die weiteren Widerstände sein werden. Was wir hier auch schon direkt sehen, ist, dass hier so gut wie gar nichts ist. Das heißt, hier ist freie Luft und das ist für mich ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass dieser Bereich sehr, sehr schnell durchbrochen werden könnte, wenn das Momentum erstmal Fahrt aufnimmt. Wir stoßen uns gerade hier ein wenig, wenn wir uns die Linie hier anziehen. Das war der letzte Bereich, der hier für Support gesorgt hat, beim ersten Fall im Dezember 2017, die 12.800. Aber wenn wir hier durchstoßen, ist rein technisch, nicht fundamental, rein technisch, man braucht natürlich einiges an Geld von außen noch, nicht mehr viel Resistance da. Aber man sollte die rein technische Seite jetzt natürlich nicht überbewerten. Vor allem, wenn wir uns langfristige Trends anschauen und langfristige Preisziele, kann man das Ganze nicht nur über den Chart machen, sondern muss auch fundamentale Ansichten mit in die Analyse einbeziehen. Und ihr seht im Hintergrund schon auch das erste Argument, warum meiner Meinung nach diese Rallye anders ist als die letzte Rallye. Wir haben hier zwei Charts im Hintergrund, einmal den Bitcoin Chart und einmal den Google Search Trend Chart. Und man sieht hier die Divergenzen zum Jahr 2017, glaube ich, eindeutig. Ihr habt ganz links diese rote Linie, die war am 10. November 2017, wo der letzte größere Dip war und wo danach dieser Anstieg von 5.000 Dollar auf 20.000 Dollar erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Google Search History extrem nach oben gegangen. Das heißt, es war dieser Retail Hype, diese Retail Mania, die dazu geführt hat, dass der Preis so stark nach oben geht. Das heißt, der Preis ist nur nach oben gegangen, weil andere Leute, die wenig informiert waren, den Preis nach oben gedrückt haben, indem sie für einen höheren Preis geboten haben. Genau das Gegenteil sind wir bei der jetzigen Rallye. Bei der jetzigen Rallye von 3.000 auf 12.000 haben wir so gut wie keine Google Search Trends. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar eine Divergenz in der Rallye. Das heißt, der Preis ging nach oben und die Suchen nach Bitcoin gingen nach unten. Und da kommen wir auch schon zu der nächsten Divergenz. Während das Retail Interesse, also das Mainstream Interesse stark abgenommen hat, hat sich bei den institutionellen Investoren genau das Gegenteil getan. Wir sehen hier die getradeten Bitcoin Futures an der CME und eben das Daily Open Interest. Und ich finde diese Grafik oder diese Statistik, diesen Chart schon sehr interessant. Wir sehen hier konkret, dass wir im Jahr 2017, also am 18.12.2017, den ersten Launch hatten der CME Bitcoin Futures. Und das war so der Zeitpunkt Ende 2017, Anfang 2018, wo so diese Retail Mania, dieser Retail Hype, dieser Mainstream Hype am größten war. Zu diesem Zeitpunkt waren die Institutionen noch eher vorsichtig, noch nicht so gewollt in diesen Markt anzusteigen. Und während des Bernmarktes, wo das Interesse immer weniger wurde, immer weniger wurde, haben die ihre Positionen immer stärker aufgebaut. Das sieht man ganz schön hier, wenn man uns diesen Bereich hier ansieht. Das war nämlich so im Bereich November 2018. Und das war wirklich die Phase, wo der Markt komplett tot war. Und wir haben jetzt hier ein Record Open Interest erreicht, nämlich am 17. Juni. Das heißt zusammengefasst, diese Divergenz zwischen Retail Investoren und institutionellen Investoren ist für mich so ein Grund, warum ich nicht glaube, dass diese Rallye bei 20.000 stehen bleiben wird. Die letzte Rallye, die uns über 20.000 geführt hat, wurde durch Retail ausgelöst. Und diese Mania, dieses Preisverhalten, dieses Blasenverhalten hat uns über die 20.000 katapultiert. Jetzt sind wir von 3.000 Dollar auf 12.500 Dollar gerannt, ohne dass sich irgendwer außerhalb der Kryptowelt für Bitcoin juckt. Natürlich anhand der Search Trends. Aber die Euphorie im Mainstream ist immer noch sehr, sehr gering. Und wir haben trotzdem diesen Preisanstieg gesehen. Das heißt, die Institutionen sitzen am Fahrersitz. Und die Institutionen werden nicht zulassen, dass ihre Positionen nicht stark ins Plus gehen. Das heißt, wenn die nicht irgendeine Vorordnung hätten oder wenn die nicht irgendwie extrem davon überzeugt wären, hätten die den Preis nicht gekauft und hätten die den Preis jetzt auch nicht so hoch getrieben. Und wenn wir schon bei den Big Boys sind, bei den Forens, bei den Banken, bei Fidelity, ihr wisst, was ich meine, bugged und so weiter und so fort, also bei den institutionellen Anlegern, dann können wir uns auch direkt den nächsten Chart ansehen. Ich habe den Vergleich schon mal vor circa einem Monat, eineinhalb Monaten gebracht. Damals ziemlich detailliert, ziemlich ausführlich mit den Risk-on-Asset-Klassen und Risk-off-Asset-Klassen im Vergleich zu Bitcoin. Und hier jetzt direkt nochmal der Vergleich zwischen Gold und Bitcoin. Wir haben normalerweise nicht diese Beziehung gehabt, dass beide positiv miteinander korrelieren. Das heißt, dass wenn Bitcoin steigt, auch Gold steigt. Im Jahr 2018 war es genau umgekehrt. Da ist Bitcoin gefallen, Gold ist gestiegen und Aktien sind gefallen. Das heißt, Bitcoin ist mit den Aktien oder Bitcoin ist mit dem Aktienmarkt komplett nach unten gegangen, als Zeichen, dass Bitcoin als risikoreiches Investment angesehen wird und dass keiner in unsicheren Zeiten, wenn die Aktien nach unten gehen, Bitcoins halten will. Das haben wir hier gesehen, als wir hier den starken Anstieg hatten von Gold, während Bitcoin im Bach unterging. Die Divergenz hat sich dann hier gebildet. Wir hatten hier noch diesen leichten Abfall von Gold. Das war Anfang vom Jahr, wo diese Trade-War-Sache ein wenig deeskaliert wurde, wo Trump gesagt hatte, okay, er steht kurz vor einem Deal. Da ging Gold ein wenig nach unten und Bitcoin hat da schon begonnen mit der Rallye. Das heißt, wir hatten hier noch eine negative Korrelation, leicht negative Korrelation. Und hier dann zusammen der große Anstieg. Das war immer noch der Zeitpunkt, wo eben die Sanktionen für China ausgesprochen wurden von Präsident Trump. Und seitdem haben wir eben diese fast deckungsgleiche Rallye mit Gold. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite traditionelle Institutionen, die eine Riesenmenge an Gold erwärmen, die eine Riesenmenge an Gold kaufen, weil eben Risk-Off, das heißt risikolose Anlagestrategie, Gold kaufen als Hedge gegen eine mögliche Finanzkrise oder gegen einen möglichen Meltdown, was auch immer die Intentionen dahinter sind. Aber wir sehen hier ganz klar, dass auf der anderen Seite auch größere Player, ich will jetzt nicht sagen die gleichen, auch Bitcoin akkumulieren. Das heißt, diese Beziehung, dass Bitcoin mittlerweile nach oben geht, während die Aktien fallen teilweise oder während zumindest Gold nach oben geht, während eher eine Risk-Off-Stimmung ist als eine Full-Blown-Bull-Market-Stimmung im Aktienmarkt. Das ist für mich auch so ein Grund, wo ich sage, okay, irgendwas deutet sich hier an, dass wir in Zukunft noch viel höhere Preise sehen werden. Der wohl für mich mit am entscheidendsten Grund, warum ich sehe, dass Bitcoin über 20.000 Dollar traden wird und auch der Grund, der leider sehr, sehr oft vergessen wird in der Kryptokommunity und eigentlich der Grund ist, warum Satoshi Nakamoto im Jahr 2009 Bitcoin ins Leben gerufen hat, sind die abstrusen monetärpolitischen Umstände bzw. makroökonomischen Umweltfaktoren, denen wir derzeit ausgesetzt sind. Die globale Verschuldung steigt immer weiter an. Wir haben seit Ewigkeiten einen Nullzins-Europa. Wir versuchen, die Inflation ins Laufen zu bringen. Wir haben auf der anderen Seite Länder wie Deutschland, die mittlerweile schon einen, ja, zumindest ökonomischen Abfall sehen, obwohl wir seit Ewigkeiten eine Nullzins-Politik fahren. Das heißt, wir haben hier wenig monetärpolitische Maßnahmen, einen Stimulus zu erzeugen, was auch ein Thema für ein komplett anderes Video wäre. Aber wir haben hier jetzt einfach eine Asset-Klasse. Wir haben ja ein Asset wie Bitcoin, das ähnliche Eigenschaften hat wie Gold, nur das Ganze um einiges besser macht. Wir haben das Ganze digital, wir können das Ganze friktionslos von heute auf morgen um die ganze Welt senden. Und für mich einfach der Grund in Verbindung mit dieser Gold-Rally, in Verbindung mit dieser Tatsache, dass vor allem institutionelle Anleger, Frontmanager immer wachsamer werden und immer mehr diesen Wert, diesen Wert hinter Bitcoin erkennen, diesen fundamentalen Wert. Einfach ein Grund, warum ich sage langfristig, wird sich das Ganze durchsetzen. Es wird sich durchsetzen, weil einfach die Leute, die intelligent sind und Leute, die schlau sind, die erkennen den Wert dahinter. Die sehen, okay, wir haben eine dezentrale, friktionslose Asset-Klasse. Wir können hier nicht mehr drucken. Wir können nicht wie in der EZB sagen, okay, die Inflation ist zu wenig, wir kaufen jetzt nochmal Staatsanleihen um 10 Milliarden, schaltet die Geldpresse an. Funktioniert nicht. Die smarten Leute erkennen das, die smarten Leute erkennen den Vorteil hinter dieser Dezentralität und eben hinter diesem Hedge gegen das globale Finanzsystem, gegen die globale Monetärpolitik. Und ja, also viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ihr müsstet euch da am besten selber nochmal wirklich ausgiebig einlesen, ausgiebig zur Monetärpolitik einlesen, Fiskalpolitik. Und um dann wirklich selber davon überzeugt zu werden, warum Bitcoin zumindestens ein Hedge gegen das System ist. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass Bitcoin jemals irgendwie eine Währung sein wird. Das funktioniert nicht. Das wird nie im Leben funktionieren. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das Fiat-System jetzt in den nächsten 10 bis 20 Jahren kollabieren wird. Das ist einfach zu absurd, glaube ich. Und das wäre auch jetzt überhaupt nicht erkennbar vom jetzigen Zeitpunkt aus. Aber ich gehe davon aus, dass die Lage immer komplizierter werden wird. Die Lage wird immer angespannter werden. Und das Interesse, seinen Wert außerhalb dieses Fiat-Systems zu speichern, wird immer größer werden. Und das ist eben der Punkt, wo für mich Bitcoin ins Spiel kommt. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn, irgendwie physikalisches Gold zu haben. Es gibt natürlich einen kleinen Sinn, aber rein von der Wertspeicherungssicht her und von der Übertragungssicht und von der friktionslosen Austauschsicht macht es für mich zumindest derzeit viel mehr Sinn, Bitcoin zu halten als Gold zu halten. Und ich glaube einfach, dass das auch ein Grund ist, warum wir diesen Preisanstieg sehen, warum wir langfristig die Fundamentals haben, die uns nach oben drücken werden. Und ja, ich würde sagen, das war jetzt ein passender Abplus, um das Video zu enden. Ich bedanke mich in diesem Sinne für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mich gerne abonnieren, könnt mich gerne kommentieren, könnt gerne in unsere Telegram-Gruppe auch noch kommen. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Video. Euer Chris. Ich bin ein Tor. Vielen Dank.